Wie kann man mit möglichst wenig Risiko herausfinden, was ein Angreifer auf einem System machen möchte? Nun, zum Beispiel mit Hilfe eines Honeypods. Dabei handelt es sich um eine Sicherheitsvorkehrung, die eingesetzt wird, um potenzielle Angreifer zu täuschen, zu identifizieren und zu überwachen. Wie die Bienen von Honig angelockt werden, so lockt man mit einem Honeypod Angreifer an und kann ihre Aktivitäten in einer kontrollierten Umgebung überwachen. Dies gelingt zum Beispiel durch die Simulation eines bekannten Dienstes wie SSH, der, wie das Original, standardmäßig auf Port 22 lauscht, in Wirklichkeit aber keine Kombination von Benutzernamen und Passwörtern zulässt. Egal mit welchen Zugangsdaten sich der Angreifer anzumelden versucht, der Honeypod lässt ihn nicht durch, da er nur dafür da ist, um den Angreifer auszubremsen und mitzuschneiden, welche Benutzernamen und Passwörter er einträgt. Das kann beispielsweise Aufschluss darüber geben, ob es sich um einen Brute-Force-Angriff oder einen gezielten Angriff gegen bestimmte Nutzer im System handelt, ohne dass dabei das echte System gefährdet wird. Und damit wären wir bereits bei den Eigenschaften, die ein Honeypod haben sollte. Isolation Honeypods werden von wichtigen Systemen und Netzwerken isoliert, um sicherzustellen, dass ein erfolgreicher Angriff keine Auswirkungen auf die Produktionsumgebung hat. Überwachung Alle Aktivitäten, die ein Angreifer innerhalb eines Honeypods durchführt, werden überwacht und protokolliert. Dadurch können die sogenannten Tactics, Techniques and Procedures, kurz TTPs, also das Vorgehen eines Angreifers, analysiert werden. Warnungen Das alles dient natürlich der Prävention, um Angriffe frühzeitig zu erkennen und die Sicherheitsverantwortlichen zu warnen, damit es nicht zu erfolgreichen Angriffen auf wichtige Systeme oder dem Netzwerk kommt. Man unterscheidet in der Regel zwischen drei verschiedenen Arten von Honeypods. Low Interaction Honeypods Bei dieser Art von Honeypod wird versucht, den Angreifer durch das Nachahmen einer einfachen Anwendung oder eines Services anzulocken, ohne dabei die echten, wichtigen Systeme zu gefährden. Sie sind einfach zu implementieren und fungieren als eine Art Frühwarnsystem, um schnell auf Angriff reagieren zu können. Durch die geringen Interaktionsmöglichkeiten bieten sie nur begrenzte Einblicke in die Aktivitäten der Angreifer. High Interaction Honeypods High Interaction Honeypods haben nicht nur eine Anwendung oder einen bestimmten Service, sondern teilweise ganze Betriebssysteme nach. Die Implementierung ist jedoch weitaus zeit- und ressourcenintensiver als bei Low Interaction Honeypods, bieten dem Angreifer dafür jedoch eine größere Spielwiese mit zahlreichen Rabbit-Holes, die ihn ausbremsen und dem Entwickler des Honeypods tiefere Einblicke in das Angriffsverhalten geben können. Research Honeypods Diese Art von Honeypods wird vorrangig zu Forschungszwecken eingesetzt, um das Verhalten von Angreifern zu analysieren und neue Angriffstechniken zu identifizieren. Welche Vorteile bieten Honeypods? Mit Honeypods ist es möglich, Angriffe frühzeitig zu erkennen und das Verhalten des Angreifers zu studieren. Man bremst den Angreifer möglicherweise aus und verschafft sich dadurch Zeit, um an geeigneten Gegenmaßnahmen zu arbeiten. Bislang unbekannte Bedrohungen können durch einen Honeypod erkannt und analysiert werden. Zudem können die gesammelten Daten dazu genutzt werden, um Schulungsmaßnahmen zu entwickeln oder bestehende zu optimieren. Und welche Nachteile haben Honeypods? Honeypods können bei falscher Konfiguration eine Gefahr darstellen. Insbesondere High Interaction Honeypods bedeuten einen hohen Zeit- und Ressourcenaufwand, der sich auch finanziell niederschlägt. Mit der einmaligen Konfiguration des Honeypods ist die Arbeit nämlich nicht getan, denn er muss zudem auch gewartet und die gesammelten Daten analysiert werden. Honeypods können von anderen Systemen, wie beispielsweise einem Intrusion Detection System, als Bedrohung eingestuft werden, was wiederum zu Fehlalarm führen kann. Wenn du wissen möchtest, wie man einen Honeypod in der Praxis implementiert, dann schau dir gerne mein Video zu Endless SSH an. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.